So, hallo, Nostarafurtz. Da unten ist der Viktor aka Iblali und der wollte gerade nicht Fantrauben da haben, deswegen... Oh mein Gott, ist das Iblali! Da ist ja Iblali! Oh mein Gott, scheiße! Iblali! Da ist er wirklich! Ich hol mir gleich ein Autogramm! Ein Autogramm von Iblali! Du Scheiße! Der ist berühmt! Fantrauben! 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 Jetzt oder nicht? Boah, ist das dumm, Alter!